Der perfekte Look für besondere Anlässe und für den Alltag. Das und noch einiges mehr erwartet sie im Friseursalon Schnittstelle bei Michaela Kneissl. Das im Herzen von Pradel gelegene, ideal mit den Öffis erreichbare Wohlfühlstudio ist in Innsbruck eine der angesagtesten Stylingadressen. Das aufgeweckte Team rund um Friseurmeisterin Michaela Kneissl versteht mit Schere, Kamm und Föhn so virtuos umzugehen, dass man es nur als verblüffend bezeichnen kann. Dabei weist die Schnittstelle vor allem mit fantasievollen Kolorationen ihre Kundinnen zu begeistern. Ob gediegen klassisch oder flippig modern, bei einer Tasse Kaffee berät man sie ausführlich und stylt sie im Anschluss typgerecht mit erstklassigen Produkten von L'Oreal und Olaplex. Darüber hinaus ist der Salon auch ein gefragter Arbeitgeber und bildet mit großer Sorgfalt die Haarkünstler der nächsten Generation aus. Schnittstelle bei Michaela Kneissl. Traumhaftes Styling jederzeit und ohne Termin.